willkommen zurück meine lieben zu super mario rpg es ist soweit ein bild ruckelt so ein bisschen glaube ich einen blick ihr lieben ja es ist soweit und wir gehen rein in die lose positiv zu sechs mysteriöse türen möchtest du eine erklärung dazu wie es viel weitergeht ja doch hau mal raus jeder tür erwartet eine andere herausforderung zwei türen bergen hüpfspiel action fordenden parcours auf denen du geschick und reaktion beweisen oh nein bitte nicht ein anderer parcours sorgt dafür dass eine capture card direkt zum beginnende aufnahme abschmiert ich lieb als kabel zu wechseln hat definitiv nichts gebracht zwei andere türen führen zu kursen voller kämpfe ja bitte und in der letzten der beiden tüner warten das knüpfel gerät ideal versierte ja auch gerne so aber bitte keine japanes kann das spiel nicht ok hier müssen es müssen vier gemeistert werden ja gut dann gucken wir mal aber das war ja wie ballern wie ballern unsere techniken weil wir eh noch genug blüten blütensamen übungen nutzen können steckt man nicht dass so die letzten die wir im spiel bekommen was ist denn das das neue kabel hat nix gebräts noch ist einfach noch schlimmer so fucking nintendo ich habe gewonnen mario mario ja seine magie wenn ich sage scheiße so muss ganz ehrlich sagen so mehr los weil jeder gehen kann schon mal reisen so na komm her kam ich weil ich mir schon am ende der gegner ist und aber dann einfach naja weg ist so ein griff er hört aua ok das war mies danke fürs wecken so oder zur kampf i guess aber wir sind keine ahnung weiß ich noch kommt das sind keine schlimmen gegen den cloud mensch ich weiß ein paar alte und im prinzip haut er dann eh ab so komm einfach raus blottern oder weg mit dir kanone ja ich kann mich selbst der kunde tüle seitdem ich den monster stupfer über den leser ganz anderer meinung gegen gegenüber das ist ja wenn man sollte sich direkt angreifen sohn und damit hat irgendwie rama samba macht keine ahnung aber wir töten ihn aufstieg für bowser 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 hat auch geile magie ohne die magie ist schon auf 100 noch lange nicht so ja komm kriegst du das magie bloß oh es geht weiter ja gerade so ein bisschen so dass alles so ein bisschen du gespammt hier wird aber gucken und schau dass die nicht mehr angst haben vor könig bowser komm mal gleich an adrikaner noch mal ein paar level apps ne das ist ja auch gut gino dem nutzen auch für die magie sonne aufgeben kommt melo komm du mal her das war hier effizient mit da wird kein flaschen angriff gebraucht muss kommen die haben auch gerne mal ab wir lassen sich leicht verwöhnen mit ihr einem klappen lager box gepackt natürlich da kommen wenn es wieder der letzte raum sein ein bisschen kann und das ist keine spannenden kämpfe sohn das gewitter ich könnte jetzt nicht effizienter das war doch anfällig 9 trocken das ist mies oder wir können jetzt auch das geheimnis es ist ein bisschen dumm so im menschen hätten das nicht nur du hast glück verschwendung wir haben es noch genau wie das früchte glück alles klar er hat nur irgendwo ein kristallwasser genau ja mal ruhig in der mann gegriffen ihre karlwasser kristallwasser kristallwasser nur kein extra item bekommen begeistert ja komm mach papa 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 ja aber ihr seid auch noch mal die wichtig da ist das stützbar das andere von dort kommt ich brauche einen grummen kohlen ist schon gesund wieder freundlich level absurde mann geheilt gesteckt ja 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 mit euch und haben mal einen lagerbock gepackt kann man dich noch und nein und nein nicht du ich werde gleich der würde da würde das hat ja sein kumpel auspacken dann werde ich da raus donnern und ein anderer kumpel diesmal aber dann ist gut es ist ja ist ja ein story boss nur da kommt robo cooper da muss ich spammen nicht abwerbbar aber ist tot da wird ein effekt erhalt das wort nicht schwere angriffen aber mega erholung ich hasse die ich gut ähm ich war übrigens direkt auf der haben mal da kann man laufen auf jeden fall der letzte das letzte was haben wir denn so schön ist komm komm mal schnee schnee meistens verdrehen nur an deprimierend schuss mario komplex mit ihr technik wiederkehren man kann auch keine gino nicht auswählen was man da versteht dass wir den warum kann ich nur rufen warum kann ich die peach wechseln danke es gibt eine regel die ich nicht verstehe technik heilung schanke dünn ja noch ein super sprung das war gut sprung anfällig das ist gut mal machen wir schon er ist wie noch strahlen was macht er wusste ich mal selbst so habe ja auch sehr schön obwohl ich zwei mal gedrückt habe oh, haut auch gut rein oh Peach, bitte einmal Gruppen knuddeln mega Erholung von mir aus, dann lohnt sich das Einladen der Kräfte auch nochmal so richtig habe ich das nicht selbst geboostet irgendwie, seht das jetzt noch, ja sieht gut aus normalen Sprung so reicht okay, bessere Sprung ist schon stärker, ja du hast gedacht, der bessere Sprung ist stärker ja, hier wird schon so, reinballern ich habe nicht vermuten, dass wir da sowieso wieder vollgekehrt werden komm, jetzt ist aber mal bitte vorbei, ne danke schön Sternenknarre, uh äh, Ausrüstung kriege ich dann nicht alle Ausrüstung so, wenn ich alle Missionen mache jede Sternenknarre für dich komm, dann nehmen wir mal eine gute 6 so, 10 Versuche und nein ich bin gesprungen, hab ich nicht das Geld warte mal schon ach, ein bisschen Ruhe bitte aber klar, die Münzen helfen mir den Weg zu führen, ich verstehe schon meine Güte, lauf doch weiter wenn die zünden Problem ist halt, die Steuerung ist übrigens noch ein bisschen verdreht so kann ich den öfter töten so Meine Güte Das ist einfach wie Grütze Da ist noch eine Truhe Nein Nein Oh Nein 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 Witz 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 Was ist das schon wieder für'n Quatsch? Krieg ich's doch niemals hin, ne? Ich ignoriere die Küsten einfach Einfach nur sicher ins Ziel kommen Das ist grad so mein Interesse Krieg die Truhen Einfach nur diese Scheiße, ich hab'n paar Passagen überstehen Bitte lass uns einfach den letzten Raum gebeten Gerade eben hatten wir ja auch drei Räume, ne? Von daher Ich wusste, das ist das Schlimme oder so Schlimme Die Truhen einfach auch, da ist eh nix drin Ja, am Ende des Raums gibt's ne Belohnung Genau Schalzimpeln Was sind denn Schalzimpeln? Ich hab'n gedacht Ist das ne Waffe? Ja tatsächlich Oh, mein Gruppenknudeln Und vier Bis dann Is das Wie geht's denn? Die Truhen Ist das ein Rätsel oder Jump'n'Rone Parcours, man weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich ein Rätsel, ne? Hm, oder? Ich würde das Ganze jetzt eher Jump'n'Rone nennen. Bitte spawnen auf der Plattform. Dankeschön. Oder? Man weiß es nicht, ne? Sie hat nur mit den ganzen Scheißkisten einfach deutlich, er wirkt einfach nur wie Scheiße. So. 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 Ähm, der Bauder. kommen die bau dann hau ab passt schon passt schon nehmen wir mal kurz wir haben sogar noch ein blumen nehmen wir das mal gut rein der angriff so wer ist ein boss schalke einen grünen weg mit euch enna na kaum zwei von drei die elektrischen gegen elektro was sind also komischen bastinger hilfe aber ich mag das noch haben es werden das wären träumchen das ist gut das wird so noch lebt dann lohnt sich die technik halt noch sogar noch ich habe erst nicht gestorben wo nicht abwehrbar gut was tue ich dann noch hallo vorweg mit ihr kommt nicht selber weg mit euch kein geist bevor ich habe acht wird da kommen wir noch viel mal anwenden so gut so fängt es kann ein ruf an der einsatz oder die steilung oder so zwei das zwischen boss nenne ich mir da muss auch wieder nicht schatz an die flaggenjagd denken die uns halt irgendwie mal gegeben wurde so auch in monst monsterdorf monster monster club monster club das teil wasser auch wichtig und logisch spezialmove gehen wir den protokollen können wir noch ein bisschen unfair jetzt bestimmt feuer angriff der hält der mario 20 das ist wild aber da kriegst du mal aber letztes angriff gemacht mal kommt kp ein bisschen glaubst du dir gut jetzt musst du wieder voll sein nur genau ich bin wieder voll mit kp ist klar lucky lässt da bist du es ich habe die elektrisität effizienter komme ich schau dir einfach so ich schau dir einfach so ich bin wieder schnell wieder auf die taille und ich bin noch nicht mehr da für mellow ostlo ist die Hand ist jetzt oh komm nur du es hat nur gerade eben schon machen wir mal vor sechs gegen das menge natürlich und die können auch stark sein so aber kein licht selber so in diesem weg würde ich sagen na ja fast weg wir hatten das letzte respore verteidigung dagegen aber wenn die hälfte der weg rennen so ist dann halt auch so ein bisschen leben weil wir können können wir die anderen bohr klar und gern auch die anderen räume vielleicht sogar gemacht vielleicht auch was da auch noch mal belohnungen gibt aber wenn wir die eh nicht machen könnten unter keinen umständen dann sind es immer die gleichen vier belohnungen so und eigentlich hat einfach keine waffe so bohr klauer ja perfekt dann dankeschön fürs zuschauen beim nächsten mal geht's dir jetzt in den bosskampf wir sehen bis dann und schau abonniere 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 abonniere